Die Intruder M1500 Ein 1.462 cm³ flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-V-Motor verleiht der Intruder M1500 die höchste Leistung ihrer Klasse. Das starke geschmeidige Drehmoment bereits aus dem unteren Drehzahlbereich ermöglicht dem Fahrer kraftvolle Beschleunigung zu erleben, während er sich am tiefen Röhren des Zweizylinder-V-Motors erfreut. Die Vierventilkonfiguration ist bei der Entwicklung der hohen Leistung behilflich. Mechanische Geräusche werden von den Gummidichtungen zwischen den Zylinderköpfen und den Ventildeckeln unterdrückt. Kraftstoff wird durch das SDTV-Benzineinspritzsystem von Suzuki, das auch für die GSX-R Supersportmotorräder benutzt wird, zur Verfügung gestellt. Daraus resultiert eine lineare Gasannahme verbunden mit immensem Drehmoment bei niedrigen und mittleren Drehzahlen. Die Intruder M1500 zeichnet sich durch einen radikalen Look aus, den sie von der Intruder M1800R geerbt hat. Musik Wieder stehe ich kurz vorm Ziel Und ich höre deinen Atem Und ich rieche deine Angst Ich kann nicht mehr länger warten Denn ich weiß, was du verleihst Eckstein, Eckstein